Gemeinsam sind wir Oberland 1, die erste Turniermannschaft des Reit- und Voltigiervereins in Otterfing. Unser Verein hat über 100 aktive Mitglieder. Sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene können auf acht verschiedenen Pferden ihren Spaß am Sport ausleben. Unser Team besteht aus neun Teammitgliedern. Wir sind zwischen 10 und 19 Jahren alt. Zweimal wöchentlich trainieren wir auf unserem treuen Begleiter, dem Pferd Akkurat und auf dem Holzpferd. Letzte Turniersaison konnten wir schon viele Erfolge einfahren. Von zehn gestarteten Turnieren in der höchsten Leistungsklasse konnten wir sieben für uns entscheiden. Auf der Oberbayerischen Meisterschaft erreichten wir einen sechsten Platz, auf der Bayerischen Meisterschaft einen zehnten Platz. Mit diesen tollen Leistungen haben wir uns für den deutschen Voltigierpokal in Donzdorf-Baden-Württemberg qualifiziert. Erstmals wurde uns die Chance gegeben, uns auf nationaler Ebene mit den anderen Mannschaften zu messen. Wir zeigten eine solide Leistung und konnten mit einem phänomenalen siebten Platz ins Finale der besten 16 einziehen. Außerhalb unseres eigenen Trainings fördern wir die Nachwuchsvoltigierer unseres Vereins, indem wir selber Trainer von Nachwuchsgruppen sind. Dies beruht auf ehrenamtlicher Basis. Natürlich ist auch der Voltigiersport mit hohen Kosten verbunden. Unser Partner Pferd braucht viel Pflege, eine artgerechte Haltung im Stall und genug Futter. Nur so ist dieser Sport möglich. Aber es bleibt leider nicht nur bei den Kosten für das Pferd, sondern auch für die sehr teure Voltigierausrüstung und die Fahrtkosten an die zahlreichen Turniere muss viel Geld aufgebracht werden. Dieses Jahr ist es soweit. Nach dieser intensiven Turniersaison wurden unsere Turnieranzüge sehr unter Mitleidenschaft gezogen. Um auch während der nächsten Turniersaison glanzvolle Auftritte auf zahlreichen Turnieren zu ermöglichen, benötigen wir dringend neue Turnieranzüge. Leider können wir diese hohen Kosten für eine neue Anschaffung nicht alleine stemmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen und über eine Partnerschaft mit Ihnen würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank.